ein herzliches willkommen zu einer oder zur ersten folge von lost in random und ich würde sagen wir starten das spiel einfach mal ich habe mir gedacht wir testen dieses spiel mal zusammen und schauen mal was um was es sich handelt worum es geht und ja taucht zusammen mit mir ein in ein neues rollenspiel und zusammen erwarten wir einfach mal was jetzt hier so passiert ja ich wünsche euch sehr viel spaß damit so ich habe doch eigentlich gesagt die musik will aus so so hol dir die wüffel energie ja dann wollen wir mal schauen das ist alle alexandra ok die wollen anscheinend was gut von mir ah ok oje können wir noch mehr werfen wow cool sehr schön ok das ist noch so eine wüffel energie die wollen es natürlich einsammeln so so hier nicht noch was zack hat da einer vorüber bekommen so Oh, oh. Vorsicht! Nein! Aber das war in der Ära der Dicewielder. Und wie alle Ära, würde es auch ein Ende kommen. Faden in Legend und Mysterien. Alles zu lesen würde jetzt auch zu lange dauern. Das gilt jetzt auch nur so lange, der da lädt. Okay, damit kann man die Karte aufrufen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich spiele das Spiel übrigens mit dem Controller von Xbox. Man kann es wahrscheinlich auch mit den PC Tasten spielen. Aber ich ziehe bei solchen Spielen immer gerne den Controller vor, weil ich damit einfach besser klarkomme. Zu viele Druckplatten. Dicey kann auch auf ihnen stehen. Ziele und drücke RB, um ihn loszuschicken. Okay. So, es wäre jetzt schön, wenn es hier mal weiter gehen würde. Es gibt es schön und gut, aber... Ah, scheint weiter. Wir haben die Geschichte später. Wir beginnen später. In Wondcroft. A small village. Populated entirely by people who have never once been dealt a fair hand. Attention, Wonders! I am the Queen. And my dark dice will decide your fate. Random Rule! See that, Bernard? You're a sixer. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my... Nuh-uh. You're a dirty three. Doomed to a life of fighting and misery. That's cheating! Well, so is having an almighty dice, snake-eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Eva, I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! It's the Queen! The Queen is here! Hey! Was that really necessary? Come on! Hurry up! Now we really have to run! Hörterladen nach Hause. So. We are behind this. We have to run home and hide! Now! We are behind this! Und... You can run. Wait, I'm trying not to go with you. No way! Oh my God! Oh my God! It's okay. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Ah, there is too many people! Oh my God! Welcher klopft denn? Das ist ja ein völliges Elend! Das ist Nanny Fortuna. Das ist ja ein völliges Elend! 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 Atleast, she wird die Sixer sein sein. uationär oben! Nein! Stop es! & so, Fogg's Destiny came to be living by the side of the Queen, an Nannyiefel, in Sixers' Palace. Es wurde gesagt, dass alle Träume wahrgenommen wurden. Aber Eivans Nachtmärz war nur Anfang. So, Errungsschaft freigeschaltet. Happy Birthday. Okay. Odd? Wo, wo bist du? So, ich muss mich bewegen. Okay. Ich komme für dich, Siss. Halt auf, Odd. Odd! Odd! I'm going to find you, okay? Tell me where you are, Odd! And help me find you! Odd! I'm here, Siss! I'm coming, Odd! 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 More than a year had passed since her sister had been taken away from her. And in all that time, Even had never dreamed like that before. Even knew she was now awake. And knew this was the same house she'd lived in her entire life. But something seemed off. Something seemed different. Or was it simply that... A painting of Aunt Cordelia. She could play every single musical instrument in... An image of great-great-great-grandmother Waters. She was the woman who'd invented sliced bread. An image of great-great-grandfather Peters. Two hundred years ago, he ate all his clothing to win a bet. Even supposed that was the reason this portrait stopped. Even's mother had always painted. And she'd share with Even the stories she'd hidden in her paintings. Wonderful tales of these paintings showed stories Even's mother told her were safe to share. Because they were true. So she said... Even's father never told her stories. He preferred react. Oh, it was still very late. Or was it very early? And Even didn't want to wake her parents. So, we're going to see it a bit. We're going to see it in our house. The scariest painting that Even's mother had ever made was of the shadow man. A mysterious figure who'd gobble up children. Even stared at the toy, feeling the ground tilt beneath her. That was the exact same stuffed animal she'd given odd on the night she was taken. Even knew her parents would be heartbroken when they woke and found her missing. But she had to go. So... Folge der Gestalt. Gut, dann werden wir das mal tun. We're going. It was leading her... somewhere. Pfff! Easy there, Even. What are you doing out so darn late? You're running like the old witch Uma put a curse on you. Ja, ich glaub das passt. Ich bin einem, ich weiß nicht, aber... Ich bin einem, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist wichtig. Oh, Darlene. Du denkst über deine Freundin, nicht wahr? Ich fühle dich, Kind. Ich mache dich. Aber sie ist jetzt ein Jahr weg. Ah! Die Sparke in deinem Augen sagt mir, dass du nicht überraschst. Ich erinnere mich zu deinem Alter, als ich war. Und ich weiß, wie wichtig die Imagination sein kann. Alles klar, alles klar. Ich komme aus deinem Weg. Aber nicht deine Eltern erzählen, dass du mich gesehen hast. Entschuldigung? Du bist ziemlich willkommen, junge Frau Even. Und geh weg von den Ausgaben. Aber natürlich. So, wo muss ich her? Wahrscheinlich hier rum. Da ist was zu holen. Oder? Wo muss ich denn jetzt lang? Da ist der Geist. Warte, bitte. 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 Bisschen gelohnt. Aber es war nicht schlimm. Ich bin mehr Protective of you, und es ist einfach so großartig zu haben, hier zu spielen, eben. At least you're new. These two idiots are getting on... Hey, Lucky, that's mean! Aw, shucks. I know I'm not the smartest, but I try real hard. Oh my gosh, I'm so sorry. Wow, sensitive much? You guys are so touchy. We're playing... She was talking to me? I think she was talking to all of us. Even we're playing... We're playing hit the pot with the potato. Or rather, I'm playing. These two bloobs are just losing at it. I couldn't sleep. My twelfth birthday is coming up. Mine too. Gonna get to roll the dice when it comes. I'm gonna be a sixer. I know it. I'll be saying bye to all you bloobs and hi to the riches of Sixtopia. I'm not a bloob. I'm a star. My mom says so. I'm not a bloob either. What's a bloob? You're getting a load of these bloobs even. Well, that's just her bad luck. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is Lucky and... You meant how come he even thinks it didn't work out, Lucky? You're right. Like a sixer would ever care about a oneer. Please. It could happen. You don't... I think it sounds mysterious. Have fun with your cool mystery... very soon you will get two types of dice. Which way? Then the church is over and that effectivement... Da ist die Karte Also da bin ich, da wo der Pfeil ist, aber wo ist der Geist? Team Zuhause, ja da wollen wir ja nicht wieder hin So heißt es doch, ich muss zurück Okay Ich habe ein bisschen überfragt. Wow, das ist nicht schlecht. Ich wusste, dass du es tun kannst. Glückwunsch. Ich bin nicht beeindruckt. Ich könnte das auch tun, wenn ich es. Kein Problem. Das war großartig, Even. Hey, shut up! Gehen wir mal wieder hier hoch. Ich sehe das. Ich sehe das. Ich muss da irgendwie rum. Teekannenstraße. Da bin ich jetzt. Okay. Was ist das? Du siehst wie du für etwas achst, Kind. Ich dachte, ich erinnere dich. Du, deine Frau, Frau. Die große Rolle ein Jahr schon vor. Sie ist jetzt in der Queen's care, Kind. Ja, das wollen wir doch mal sehen, ob die nicht zurückkommt. Okay, hier geht es anscheinend nicht weiter. Dann schauen wir mal hier. Da ist der Geist. Also, ich habe ihn gefunden. Warum? Das war's. All right. Random rules, even. Random rules. Well. Well, well, well. Look at you. So far from all. You've heard the good news, haven't you? The queen is a force of nature, like gravity over death. You can't argue with gravity. She's never wrong. She makes the rules. Random rules. And they're always right. It's incredible. You can't escape her, you know. No one can. I'd love... One town was unique. Some who lived here were kind, treating the queen with respect, and others seem to have been broken by her in one way or another. But it was home. The only home even had ever known. Dasty, guys. Big city life. I must be so glamorous to be so cosmopolitan. So. Two-sided. So, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Suche in den Außenbezielten. Also, wir kommen hier mal raus aus der Stadt. Wenn ich das jetzt mal... that strange figure even knew that her fate was changing. That her future was suddenly filled with unknowns. Ich glaube, das wird eine lange, lange Reise. So, dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. So, dann bin ich ja mal gespannt. Geheimnisvolle Spielkarten. Diese Spielkarten sind grandios gemalt und schimmernd bläulich, wenn man sie aus einem bestimmten Winkel betrachtet. Punkte. Seltsame Punktkreaturen auf zwei Beinen, die in einem Glas herumhüpfen. Ah, okay. Was man damit alles anfangen kann, weiß ich jetzt noch nicht. Aber das hielt sich mit Sicherheit auf, was die ghostliche Figur war. Es war wunderschön. Inskruttbar. Und es scheint, dass es ein Schmerz zu sein war. Wohin führt uns dieser Geist noch? Was ist die große Frage? Hier ist der Hafen. Okay. Was auch immer der Geist von uns will. Wie komme ich da hin? Aha. Clever, clever. So, was ist das für ein Fuzzi? Ja, aber ich weiß nicht viel darüber. Stimmt ja. Well, Jack. Let me take a look. Maybe these old peoples will notice something you haven't. Well, look at these. Oh, these used to be everywhere, you know that? Folks that trade them on regular. Used to have quite a collection myself. Yeah, look around you, Missy. This ain't what things used to be. This ain't what things are supposed to be, either. The Queen. Also es scheint sich da irgendwie drum zu handeln, dass die Königin, die wir da vorhin am Anfang gesehen haben, die sich ihre Schwester hier gemobst hat, sag ich mal, wohl ihr irgendwas verändert hat und also bewandelt hat, diese Kreaturen. Und ich darf da wohl nicht in das Rote laufen. So, das heißt, wird da mal auf das hier oben drauf ziehen. Mal gucken, was dann passiert. Oh, das war nicht gut. Boah, scheiße. Der war ja zu spät gewesen. So, jetzt laufen wir mal schnell hier rum. Jetzt muss ich hier irgendwie weg. Jetzt geht das hoch. Boah, jetzt ist das Rote Licht da. So. Gehen wir hier hoch. Und jetzt? Jetzt muss ich das wieder schließen, damit ich da drüber... Genau so. Haben wir das auch noch mit, wenn wir schon mal hier sind? So. Da ist irgendwas. Frage, wie komme ich da jetzt hin? Reise mit dem Boot davon. Aber da ist doch irgendein Buch oder sowas. Das scheint ja mit Sicherheit wichtig zu sein. Aber wie komme ich da hin, ohne entdeckt zu werden? Hm, das ist jetzt noch die große Frage. Naja. Vielleicht später. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Da ist eine Leiter. Wie komme ich hier runter? Musst du mal runter hier. Ich weiß nicht, ob ich da. Ich weiß nicht, ob ich da nicht hin. Okay. Äh. Uh. Genau, das muss ich nämlich da unten wieder durch. Lauf, laaaaaaah, scheiße. Na egal, holen wir uns das Ding zuerst. Laufen, 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 laufen. Warten wir mal hier ab, was passiert. Der geht weg. Irgendwo war doch hier die Leiter. Voll reingelaufen. Ich hätte ja schon längst weg sein können, aber ich bin ja neugierig, was das Ding da ist. Wenn ich das nachher brauche, dann stehe ich da. So, schauen wir mal, ob wir hierbei irgendwie das jetzt schaffen. Das lassen wir mal lieber, das ging vorhin schon schief. Jetzt müsste es aber klappen. So, wo war jetzt nochmal das Ding? Da ist das Teil und wo ist die Leiter? Wo war die jetzt? Da. So. Mist, jetzt habe ich es nicht gelesen. Egal. Irgendwas wird es gut sein. Runter hier. Und dann da unbeschadet durch den Durchgang kommen. Wie kam ich denn da jetzt? Da ist das Teil. Das wird nichts. Jetzt. Wahrscheinlich da durch. Da durch. Ah. Ich dachte, ich könnte davonlaufen. Egal. Das Teil am Neuer. So. Ich muss da wieder weg. Und da durchlaufen. Und da durchlaufen. Das hier. So, dann hier hoch. Der Hambas. Oder? Muss ich nur noch da aufmessen. Ich nehme ein paar Scheisse. Wahrscheinlich ist es zu funktionieren. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Du musst hier nicht kommen. Das ist ein ganzes Spot. Du musst aufhören. Wieder eine neue Quest. Okay. Okay. Oh, das ist ein ganzes Spot. Ich bin ein ganzes Spot. Oh, das ist ein ganzes Spot. Ich bin ein ganzes Spot. Oh, für die Liebe... Fine. Fine. Oh, ein bisschen. Ein bisschen... Ein bisschen... Oh, aber bevor ich das... Wir haben ein paar Hausrug. Ein... Ich... 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 Geschlafen. Das ist die Idee. Ich zeige dir was. Halt zwischen diesen Boxen und keine Ruhe machen. Willst du über mich wissen? Hier ist ein Kind. Schlafen, Kind, oder er wird das ganze... Ach, Elend, sage ich mal. Durchschnitt ja gleich die Sonne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schlafgut. Tapferes Mädchen. So, neue Errungenschaft erreicht. Ausgerissen. Wunderschön. Wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich muss sagen, bis jetzt ein sehr schönes Spiel. Am Anfang ein wenig schlummerig. Aber ich glaube, es nimmt jetzt Fahrt auf. Und viel kämpfen mussten wir ja noch nicht. Ich denke, wir werden uns jetzt noch ein wenig umsehen, was jetzt als nächstes folgt. Und es hat sie wieder einen Traum anscheinend. Schauen wir mal, was passiert. Schauen wir mal. Why aren't you coming to help? I'm trying, sis! Hold on! I'm trying! Hello, E- You're home. It's where you belong. What's in trouble? Trouble is odd. At least she'll be... a sixer. A oneer is a oneer. Is a oneer is a oneer. When you're right, you're right. Even, come stay with us. Do you want some tea? Everything's better with... Tea fixes everything, Even. Listen to your mother, Even. It's a dangerous world, and... Listen to your mother... Stay here. It's safe here. We'll never leave you again. Listen. Not ever... We'll... You'll always... Hard as I... It's the... Go. Hello. You'll never leave. Go. No. ... Go. Ja, es nimmt seltsame Formen an. Ja, es nimmt seltsame Formen an. So, was ist jetzt los? Eigentlich. Hat verdaut, das dachte ich ganz schön. So, was ist das? So, was ist das? Geh! Ich vermisse meine Frau, ich vermisse meine Eltern, ich vermisse meine Eltern. Mein Kind, du bist sicher. Sie können dich noch nicht mehr töten. Sie töten mich? Nein, das ist nicht richtig. Sie haben nie... Ich glaube nicht, dass sie... Ja, teilweise ist es ein ziemlich gruselig, das Spiel. Ist mit Sicherheit nicht für jedes Alter geeignet. Das ist auf jeden Fall... So... Die Tipps werden immer wiederholt. Die Tipps werden immer wiederholt. Die Tipps werden immer wiederholt. Die Tipps werden... Ja, sie hat auch verloren. Sie hat ihr letztlich verloren. Die Tipps werden... Okay, ich bin wiederholt. Ich bin sicher, dass ich damit wäre. Ich bin sicher, wenn ich nicht lande in den Warten. Ich werde... Ich bin sicher, dass ich damit bin. So, dann schauen wir mal. Aber ich würde sagen, wir speichern das hier erstmal und schauen dann mal, wie es hier demnächst weitergeht. Und ich sage schon mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video mit Lost Random. Ähm, macht's gut, schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ja, ja, ich spiele das, wenn es euch gefallen hat, lass den Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ich war schon mal, bis zum nächsten Mal. Das war's. Das war's. Das war's.